PlümoVend stellt voller Stolz die nächste patentierte Generation Absaugdüsen für Fahrzeugabgase vor, den Internal Grabber. Individuell einsetzbar, innovative Technik ermöglicht eine einfache, flexible Anbindung an den meisten Fahrzeugauspuffen. Einfacher Verriegelungsmechanismus. Das robuste Design passt problemlos an jeden Fahrzeugauspuff. Der Koppelungsmechanismus ermöglicht den optionalen Anschluss eines zweiten Internal Grabber für Doppelauspuffanlagen. Der ergonomische Griff ist in mehreren Schlauchanschlussdurchmessern erhältlich und bietet komfortable Funktionalität und schnellen Schlauchanschluss. Innovativer Auslösemechanismus. Innovative schwenkbare Manschette. Die Manschette optimiert die Abgaserfassung an der Quelle und schützt gleichzeitig die Karosserie. Der Koppelungsmechanismus ermöglicht eine sichere Aufbewahrung. Der Internal Grabber wird mit einer magnetischen Wandhalterung geliefert. Der neue Internal Grabber von PlümoVent. Die einzige Düse, die Sie benötigen. Wenden Sie sich an Ihren PlümoVent-Händler vor Ort. Der Koppelungsmechanismus. Der Koppelungsmechanismus. Der Koppelungsmechanismus. Der Koppelungsmechanismus. Vielen Dank.